Die Überlieferung, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, das Erste, was Allah erschaffen hat, ist der Stift. So sagte er zum Stift, schreib. So sagte der Stift, was soll ich schreiben, o mein Herr? Dann sagte er zu ihm, schreib alles auf, was passieren wird. Da, wo alles niedergeschrieben wird, dieses wird Allahul Mahfuz genannt. Das ist die wohlverwarte Tafel, auf der alles niedersteht. Dass wir jetzt den Darst machen und dass ihr jetzt zuschaut, ist alles niedergeschrieben auf dieser Tafel. Nicht wie Suhuf al-Malaika, das heißt wie die Blätter der Engel, denn da kann das eine oder andere gelöscht werden. Allah azzawajal hat zu allem die Macht, subhanahu wa ta'ala. Aber Allah, natürlich nicht, dass jemand denkt, Allah wusste nicht, wie der Diener handeln wird, doch er wusste, wie Mahmoud handeln wird. Dass Mahmoud seiner Verwandtschaftsbande nachkommt und so hat Allah azzawajal ihn geehrt, indem er sein Lebensalter erhöht hat.